Boah, da sind zwei, da sind zwei noch. Habt ihr? Bleib! Was war das denn? Kann mir einer mal kurz den Befehl schicken, damit man mehrere TS öffnen kann? Ich hab das neu installiert und hab das anscheinend vergessen da rein zu packen. Ich glaube es ist Penis. Ne, das funktioniert nicht, hab ich schon ausprobiert. Penis, Glied und Stange funktioniert nicht. Und harte Stange, dann passieren Dinge, die willst du nicht wissen. Gurke? Wasch mit Dödel? Ich mach wieder die einfache Sache und zieh erst mal B. Geh aus. Geh auch aus. Tschüss. Ich weiß nicht warum. Ist das ja kurz okay mit der Raketenwärter, Leute, ne? Wenn die Karte da kaputt machen. Das ist natürlich nicht wunderbar. Habt ihr verstanden, was Oro euch sagen will? Mhm. Okay. Hebe, du musst beide Flaggen ziehen, sonst schaffen wir das nicht. Hä, wie denn? Äh, bin dauernd. Scheiße. Inkel? Ja? Auf so'n Krach zu machen. Das bin ich, ich. Was bist du? Nee, das ist meine Frau. Ich hab sie bloß fliegen gesehen und hab sie so, hm, da kann ich doch nichts mehr machen. Bumm, tot. Kubis ist down. Nein, Kubis hochheben. Ich bin aufm Weg, ich bin aufm Weg. Nell, heb du den Kubis auf. Hab ich nicht geschafft. Oh, er wird so ruhig gehen. War ich ein Map von dir oder war das unser Map? Das war unser Map. Wie, wie haben wir es da noch gesehen? Nachdem eure Antworten waren Moorhuhn, Moorhuhn wie Lachs und ich hab mir alle Moorhuhn-Teile geholt, hab ich mich mal für Zubber entschieden. Oh, Metal, ey. Metal? Was ist denn eigentlich alles erlaubt beim Sniper? Tu mir ein Gefallen, spiel exakt dieselbe Runde, wie du gerade gespielt hast, bevor auch zu snipen. Oh, Mann. Wäre dieser besser, wenn der Sniper ist. Nee, das kann er meinetwegen auf Dawnbreaker oder so machen, aber nicht auf so einer Map. Ich bin kein Entfernungs-Sniper. Ja, das ist aber kein Hardcore. Lass ihn doch mal probieren, Mann. Echt mal, der macht super viele Headshots. Ja, das mag alles sein. Probier mal, Pundit. Probier einfach mal. Nein, du darfst es nicht. Ich glaube, es bleibt es auch so. Kein Geruch jetzt hier. Go, go. Dann hol ich mir eben Luganschokolade, so. Das ist wahrscheinlich CS-Bahn. Oh, hat mich in der Mauer. Ich höre, ja, was? Hör der Mauer mit meinem Telefon. Wer spielt denn da jetzt Geige mit dem Spielen? Hast du den Kick-Man? Ich geh da noch mal, dann hier. Hab ich. Ja, hab ich. Mehr hast du nicht, ich hab den. Hab den an der Fahne. Wie kann man denn spielen und Geige spielen gleichzeitig? Das geht doch gar nicht. Geige. Das ist immer mein Telefon. Hast du denn, wir haben noch einen Challenge-Ton? So ist er, der Fehler. Darf ich jetzt mal Sniper probieren? Ja. Nein, nein. Doch. Doch, wo nicht du darfst. Und du kommst mit mir raus zu C, da ist ein Sniper ganz gut. Leute, ehrlich. Das ist doch Kappe. Ach, wir gewinnen doch eh. Lasst doch mal probieren. Er kann immer noch wechseln, wenn Scheiße läuft. Wenn er einmal gestorben ist, kann er wechseln. Warte mal, hier ist die Plan, ne? Das heißt, du kannst jetzt nur 30-0 hinlegen, dann bin ich zufrieden. User joined your Jam. Juhu. Juhu. Und wir haben das Neues, das ist ja nie. Das ist um das Neues, Herr Pepe. Ja. Wir können jetzt nicht spielen. Wir haben ein PCW. Genau, das wollte ich vorhin auch sagen. Dann wollte ich erst einmal ein gesundes Neues wünschen. Spielt ihr die Fallschule jetzt? Public? Wir spielen ein PCW. PCW. Was ist das? Das ist... Das ist ein Video, es gibt ein Video, wo genau dasselbe fragst. 5 gegen 5. Das ist ein geschlossener Gesellter, du hörst dich vielleicht. Ja, 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 ja. Ach du bist süß. Gut, dann ziehe ich A. Ich ziehe A. Dann bin wir bei der A. Boah, ich ziehe auf B. Okay, ich auch B. Ich ziehe keine A. Bis die Tage. Okay. Tschüss. Ich will erst mal gucken, ob die Settings richtig sind. Genau. Ich gucke noch her, mach mal. Ja, Wasti. Nee. Ist das durft? Da kann doch noch mal einer schießen. Äh, der ganz hinten steht. Was? Nein. Spawnminer auf mir. Nein. Basti, du erschießt Psyphine zum Testen, wir rennen schon mal vor. Oh, er hat den Rätsel abgeschnappt. Ja, war das wieder dieser Fulix? Es ist immer dieser Fulix. Der schnappt alle Rätsel ab. Doch, 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 ich kenn den. Bist du gerade ein Neustart oder schmier bei mir das Spiel wieder ab? Bei dir schmier bei Spiel ab. Ne, ne, wir machen Neustart, alles gut. Ah nein, ich wurde mit dem Team Kütz vom Server gekippt. Echt jetzt? Auf welches Server sind wir denn? Bei. Vielleicht ist das die ganze Zeit vorhin passiert. Ja. Nicht anzunehmen, so wie wir spielen. Der hat gar kein Freeze gehabt. Scheiße. Oh Mann, ey. Na, wenn das keine Farmy Moments gibt. Team Kill Kick for Ben 3. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann.